So meine Sportsfreunde, ich bin heute mal der Vertretungslehrer. Die Jungs rennen einmal um den Block und die Mädchen dehnen sich immer schön mit mir. Und dann machen wir einmal... Und dann gehen wir einmal runter. Und dann springen wir in die Luft und dann gehen wir wieder runter. Langsam. Dann springen wir in die Luft, dann springen wir und dann gehen wir runter. Fühlt sich irgendwie falsch an. Ja Lisa, du machst das Auge ja nicht richtig, du musst richtig runter. Ich zeig's dir mal. Also dann gehen wir jetzt einmal runter. Und dann springen wir in die Luft. Dann gehen wir runter. Und dann springen wir in die Luft. Ich weiß nicht. Ach Lisa, vielleicht musst du mal den Pullover ausziehen, dann kannst du dich ja gar nicht richtig bewegen so. Ich hab aber nix darunter an. Ja, aber dann gibt's gleich ne Eins, glaub mir. Dann krieg's aber gleich ne Eins, ne?